Moin Leute, Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wollte die Gunst der Stunde mal nutzen und euch ein Kanal-Update geben. Meine letzte Urbex-Tour hat mich übelst getriggert. Wer das Video verpasst hat, ich verlinke das Ganze mal in der Infokarte irgendwo hier und natürlich auch in der Textbeschreibung. Da kannst du einfach mal draufklicken und dann kannst du dir das Video in aller Ruhe mal anschauen. Mir hat die Tour so einen kleinen Motivationsschub gegeben, in Zukunft wieder mehr Urbex-Missionen anzugehen. Und das wird demnächst auch passieren. Ich habe ja leider noch keinen Führerschein. Das ist in der Arbeit jetzt, wo ich natürlich auf dem Dorf lebe, ist das ein Muss. Aber deswegen fiel es mir auch einfach schwer, Touren zu machen, die weiter weg sind. Beziehungsweise in der Wahl meiner Location bin ich da natürlich sehr eingeschränkt. Freunde, mit denen ich sonst immer los war, haben ja auch nicht immer so viel Zeit. Und jeder, der dieses Hobby betreibt, weiß, wie schwierig es ist, Gleichgesinnte in seiner Nähe zu finden. Ich bin erstens kein Fan davon, alleine loszuziehen. Und zweitens macht es einfach viel mehr Spaß mit mehreren. Außerdem ist es auch eine Frage der Kosten. Und mit mehreren kann man sich das Ganze dann einfach teilen. Thema Kosten. Ja, jetzt holt gerade ein bisschen Werbung. Ich habe ein Account erstellt mit meinen ganzen Tools, die ich nutze. Einmal, weil ich ständig gefragt werde, was ich immer am Mann habe. Und der andere Grund ist, wenn ihr über diese Links etwas kauft, dann bekomme ich eine kleine Provision. Ihr zahlt nicht mehr, aber ich bekomme eine kleine Provision. Und somit werden meine zukünftigen Projekte auf diesem Kanal unterstützt. Dabei handelt es sich um Amazon Links. Egal, was ihr dort dann kauft, ich bekomme eine Provision. Die Voraussetzung ist, ihr geht über einen meiner Links da drauf. Das wird dann irgendwie so bei Amazon gecheckt. Da bin ich so ein bisschen raus, da wird es internettechnisch. Ist nicht so meine Baustelle. Aber Fakt ist, wenn ihr über einen dieser Links von mir rauf geht und gar nicht dieses Produkt kaufen möchtet, sondern eher was anderes, bekomme ich trotzdem die Provision. Sprich, wenn ihr eine Waschmaschine oder einen Fernseher auf Amazon kaufen würdet, ich bekomme eine Provision. Aber die Voraussetzung ist, dass ihr über meinen Link auf das Produkt dann von Amazon gegangen seid. Wenn ihr mich also gerne unterstützen möchtet, dann tut mir doch den Gefallen, geht in Zukunft über meine Links auf Amazon oder speichert euch sogar meinen Link, sodass ihr nur noch darüber geht und dann bekomme ich eine Provision. Speichert euch das Ganze auf dem Handy oder auf dem PC. Macht so eine Desktop-Verknüpfung, klickt jedes Mal drauf und dann kauft ihr euer Wunschprodukt auf Amazon und ich bekomme dann die Provision. Und bekomme so mehr Handlungsfähigkeiten, was zukünftige Projekte angeht. Wäre auf jeden Fall ein cooler Move, wenn ihr mich so unterstützen würdet. Zurück zum Thema Mission Urbex. Ich habe durch meinen Nachbarn jemanden kennengelernt mit dem gleichen Hobby und auch immer ohne Urbex-Partner unterwegs ist. Deswegen werden wir jetzt mal zusammen los und Content für euch produzieren. Also seid gespannt, ich bin auf jeden Fall schon mega gehypt auf die nächsten Touren. In der Zwischenzeit empfehle ich euch natürlich meine Urbex-Playlist. Dort sind schon einige Videos, die ich in den letzten Jahren gedreht habe. Wer Bock hat und noch nicht alle meine Videos kennt, der schaut einfach mal gerne vorbei. Die Verlinkung ist jetzt auch wieder in der Infokarte hier irgendwo und natürlich in der Textbeschreibung. Das war's zum Kanal-Update. In diesem Sinne, bleibt fit und gesund und wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Abenteuerliche Grüße. Untertitelung des ZDF für funk, 2017